Ich fang gleich noch mal an Ich fang gleich noch mal an Ich muss da drauf und ein bisschen laufen damit ich die geschwindigkeit mitnehmen glaube ich zumindest Weil wenn ich von hier versuche geschwindigkeit aufzunehmen kann ich das vergessen Aber da 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 Gott Doch komm schon Na? Gibt's doch nicht! Lass mich durch! Ah ja, okay. Also hier muss ich jetzt wirklich irgendwie durchkommen, ohne zwischenzuspeichern. Großartig. Sag mal. Beziehungsweise kann ich auch so machen. Dann mach ich das hier. Und dann muss ich schnell speichern. Und zwar... Dann hab ich jetzt ein anderes Safe-Stat. Und dieses Safe-Stat kann ich verwenden, um jetzt hier zu speichern. Speichern! Zu lang gewartet! Ich hasse das Vieh! Ich hasse es! Ja, hört man mich eigentlich? Kann man mich hören? Hallo? Hallo? Okay, okay. Ja, zu früh. Zu... Zu... Theoretisch würde man da ganz schön hochspringen können. Wenn da nicht der Block wäre! Langsam regst du mich auf, Block, Helin! Du kleiner Block! Ups! 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 Oh, dieser Block! Kann hier mal jemand sagen, dass der Block scheiße ist? dieser blog ich spring zu früh aber ich war oben für mich war das oben ja ach du scheiße okay ich verstehe nach komm du schaffst es mario du kannst es schaffen jetzt habe ich dann wollte ich ganz schnell weiter springen und es hat nicht funktioniert also ich mag hier überhaupt nicht extra zwischen speichern außer ich mach wieder mal so dann gehe ich jetzt hierhin enter speichern laden will mich verarschen das kann niemand schaffen niemand schafft das das schafft keiner niemand auf der welt das ist ja sofort losgesprungen also das klappt so nicht zum druck habe ich jetzt diesen zwischenspeicher gemacht so dann speichern wir noch mal die frage ist jetzt nämlich ab wann ich hochspringen muss wenn ich da noch zeit habe beziehungsweise muss ich irgendwie anlauf kriegen damit ich dann höher springen kann mario du kleiner floh du kannst es schaffen das war ein bisschen weit runter gibt es doch gar nicht haben schon das war wieder an solche hässlichen kleinen stellen fest hängt ich glaube ich brauche gar nicht zwischen speichern wenn ich dann einmal da nicht hoch kommen dann komme ich wahrscheinlich später auch nicht mehr hoch muss ich den letzten moment auch hier springen und dann okay es reicht nicht das hat gereicht das hat gereicht also nein oh 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 shit ich habe da irgendwas nicht angemacht oder dann muss doch nämlich wieso habe ich das auch schon wieder gespeichert ich idiot boah ist das schnell ich habe so gewusst und ich habe nicht gespeichert okay ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht mit speichern oh oh dünn 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 hä hä wie soll ich jetzt hier weiterkommen jetzt beim nächsten das ist eine falle hätte ich schnell wieder runter springen müssen kann das sein jetzt ganz schnell wieder runter springen müssen weil jetzt kann ich ja nichts mehr machen fuck ey ach scheiße was macht man denn jetzt hier dann muss man ja irgendwie da ganz schnell hoch und dann wieder rüber springen oder wie ach Gott aber der ist doch schon nix sonst wo jetzt jetzt vielleicht schaffe ich es noch wenn ich es schaffen würde da runter zu springen komm soll ich da unten noch drauf kommen aber ach scheiße jetzt kann ich den Mist nochmal machen ach okay erst mal so laden auswählen nein moment so dann auf die drei gehen speichern ach shit das war schon ganz gut aber war noch nicht gerade die meisterleistung die ich mir erhofft habe das auch nicht okay 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 sag mal vorhin ging es überhaupt nicht aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit fällt mir ein das heißt so dann so so jetzt hatte ich ein bisschen Zeit jetzt konnte ich das mal machen röhnen und na also ich möchte ja wohl ich kann jetzt hier zwischen speichern hm 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 das gibt es doch gar nicht yes oh was was ich schaue es mir erst mal generell an okay okay das kann ich glaube ich so nicht schaffen kann man da jetzt irgendwie ran ohne dass da das Ding ach ach ich muss das so schnell schaffen dass ich da noch runter kann ach 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 wie soll ich das schaffen ach 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 ich muss da irgendwie von hier dran und dann schnell wieder runter ach 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 Oder kann man irgendwie nach unten? Gibt es da einen Trick, um nach unten zu gehen? Durch zu klitschen? Nein! Nein, ich habe safe gedrückt, ich Idiot! Ja, jetzt schafft man es erst recht nicht. Dann müssen wir halt von hier wieder machen. Das ist ja kein Problem. Puh, dann müssen wir jetzt aber wieder... erst mal... laden. Auf vier gehen. Ach, Mensch, Tenshi, Tenshi, das machst du nur für Sachen. So, ja, jetzt hätte ich mehr Zeit gehabt, ein bisschen. Ja, es war jetzt echt eine dumme Idee, da zu speichern. Warum speichere ich denn da auch? Ah, Mann, 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 Mann. Und das ist echt nervig, ne? Weil ihr jetzt auch irgendwie überhaupt nicht unterhalten werdet, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier dran sitze an so ein kleines Ding. Okay, also, nochmal. Ich darf nur nichts falsch machen. Also, jetzt erstes Enter drücken. So, dann... Das muss so schnell wie möglich sein. Aber wenn ich... Nee, warte mal, wenn ich es zu schnell mache, dann komme ich ja nicht mehr runter. Ich verstehe das nicht. Weil es bringt mir das, wenn ich jetzt nicht... Soll ich da runterkommen? Mann, Leute. Weil ich komme ja hier auch nicht irgendwie lang. Was soll ich denn das machen? Ich will gerade kurz gucken, ob es hier noch irgendwie einen Trick gibt. Sieht nicht so aus. Und man kann sich nicht durchklitschen. Wollen wir nach unten drücken? Dann irgendwas drücken? Nee, das geht nicht. Man muss also dann so ganz schnell, so ganz schnell hier mal so... Und dann wieder runter. Nee. Na. Na. Ich kann das schaffen. Leute, ich kann das schaffen. Ich bin Mario. Ich bin der beste Mario-Spieler der Welt. Glaub an dich. Ich brauche immer zu lange kurz hier stehen zu bleiben, um zu bremsen. Es gibt es doch nicht. Ey, wenn ich das geschafft habe, ey, dann mache ich mir 10.000 Sterne in den Kalender, den ich nicht habe. Mann. Jetzt. Wenn ich mich ducke vielleicht. Ich habe wieder safe gedrückt, weil ich mich ducke wollte. Oh Gott. Wie ducke muss man da. Wie kann man so ducke? 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 Äh. Es muss ein gewisser Abstand noch da sein. Aber er darf nicht zu groß sein. Weil dann komme ich da nicht mal dran. Wie soll das gehen? Okay. Dann. Nochmal das Ganze. So. Ja. Der Abstand war echt schön. Der war zu früh. Der war auch zu früh für meinen Geschmack. Der war gut eigentlich. Nur hätte ich ihn noch treffen müssen. Ja. Na wohl. Der war zu weit auseinander. Der ist auch zu weit. Das ist doch doof. Wie stellen Sie sich das vor? Wie stellt euch das vor? Wie soll man das machen? Der war eigentlich nicht schlecht. Also gleicher Abstand wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Der. Das kommt gut. Gleicher Abstand ungefähr. So. Ja, jetzt sind wir doof gespeichert. Ah, da komme ich auch nicht mehr runter. Wie soll ich denn da runterkommen? Ah. Moment mal. Das ist die Lösung. Ach, Tenchi, du bist so dumm. Okay, erst mal Enter drücken. Laden. F4. Dann dahin gehen. Ähm. So. Ich hab die Idee, ich mach. Nee, das geht ja gar nicht. Was habe ich vermisst? Ich wollte den oben eher losschicken als den unten. Dass der eher ist. Aber wie schicke ich den denn eher los? Wie soll denn das funktionieren? Tenchi, erklär das mal den Zuschauern. Den kann man nicht eher losschicken. Das ist jetzt, wenn man so früh wie möglich macht. Ja. Yes. Nein. Ohoho. Woohoo. Yes. 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 Endlich. Geschafft. Puh. Ich hätte vielleicht klein bleiben sollen und nicht groß. Das ist vielleicht, äh, keine gute Idee. Aber. Sicherheit speichern. Ich mach jetzt Enter. Drücke Save. Und nochmal. Und dann gehe ich, äh, ganz am Anfang. Und mache da jetzt meine weiteren Speicherversuche. Okay. Ah, ihr Schweine. Ah, das ist kacke, wenn man so groß ist. Wartet. Ich lade nochmal. Ich mach mich wieder klein. Das ist mir zu doof. Nur wie mach ich mich klein? Nein. Ich nehm einfach mal einen anderen Safe-Stat. Und zwar den hier hinten. Den lade ich kurz raus. Dann nehm ich wieder meinen ersten. Speichern. Und dann mach ich mich da mit Absicht wieder kleiner. Weil das einfach, ja, das ist schöner. Das spürt man sofort, weil man sich auch im Fallen schon bewegen kann. Oh, noch so ein Vieh. Was ist denn das hier? Die Welt der versteckten Blöcke, oder wie? Na? Zu spät. Hier ist... Oh, nein! Oh, ich drücke mal Save, weil ich denke, ich bin dann drauf. Und dann bin ich doch nicht drauf. Ich wollte die Welt eigentlich noch schaffen hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte sie eigentlich tatsächlich schaffen. Auch wenn man's vielleicht von mir nicht gewohnt ist, aber ich möchte sowas schon gerne mal schaffen. Dann lade ich das, dann speichere ich das, dann springe ich hier drauf und dann speichere ich das. Und dann hüpfen wir hier lang und dann versuchen wir es nochmal und dann nochmal und nochmal und nochmal. Ich hätte fast schon wieder gespeichern gedrückt, ich Idiot. Ja, der springt manchmal nicht, weil er da am Fallen ist. Wenn er so weit vorne ist, dann fällt der. Ich frage mich dann, was ich auch da machen muss. Wo muss ich denn da hin? Der bewegt sich dann und muss ich rüberspringen. Okay. Nein, ist doch nicht dein Ernst. Ich wollte jetzt springen. Ich wollte einfach jetzt schnell speichern und dann rüberspringen. Aber nein. Der macht nicht. Och Mann. Aber das ist bestimmt nervig, wenn ich mich die ganze Zeit so... Also es ist ja kein Aufregen, was ich hier mache. Das ist ja... Naja. Da tut's mir schon fast leid für eure Unterhaltung. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Sjöööööööö Pfff? F Sensei